KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Ludwigshafen Erstmeldung. Heute am 14.03.2023 gegen ca. 1.45 Uhr wurde der Geldautomat am Rewe-Sender in Ludwigshafen-Rhein-Gönheim gesprengt. Es entstand, wie im Video zu sehen, ein großer Sachschaden. Die Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und haben den gesamten Bereich abgesperrt. Die Spurensicherung untersucht den Tagort nach Spuren, die eventuell die Täter hinterlassen haben. Ebenso wird die Standfestigkeit des Gebäudes geprüft. Die Täter sind flüchtig. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind eingeleitet. Metropolregion Rhein-Neckar-News wird nachberichten.